Oh, oh mein Gott, nein! Wir werden hier schon wieder für Dreckspiele gespielt. Brawl Up ist viel besser. Was machst du so nices? So? Ja, ist mir eigentlich egal. Oh, du schnellstest einen Job? Nummer eins. Ich bin schneller als du. Ach, ja liebe Freunde, ich weiß gar nicht, was wir heute machen. Wir wollten eigentlich trainieren gehen. Es gibt nämlich ein Fitnessstudio, das sieht richtig geil aus. Hakan schüttet das Gift an. Sorry. Wir schneiden gerade unsere Videos, also den Job von dem ersten Tag. Uns ist aufgefallen, dass jeder verschiedene Sachen drin hat. Und bei Nic sind ultra kranke Sachen passiert, die ich nicht mal mitbekommen habe. Geht aber aus, Herr Niklas. Ciao mit Au. Tschüssikowski. Oh Gott, hör bitte auf. Hey Nic. Ja? Bis später, sieh dir. San Francisco. Ganz ernsthaft. San Francisco aus der Wohnung. Ich hab gewusst es. Was sagt man da, Nic? Du bist auch ein Mann. Das geht gerade rum. Alter, das Meer sieht so geil aus. Soll ich reinjumpen? Ja, Mann. Spring du doch mal rein. Nee, nee, nicht da. Mach lieber da hin. Das ist unendlich kalt. Das ist so kalt. Alter, jetzt du. Das ist übertrieben kalt. Aber das coole ist, der Airbnb-Besitzer hat gesagt, er kommt heute Abend noch mal vorbei und beheizt diesen Pool. Deswegen geht ich mal davon aus, dass wir ihn heute nicht zum letzten Mal gesehen haben. Soll hier angeblich auch eine Innenstadt geben. Sieht für mich jetzt gerade echt gar nicht anders aus. Aber schauen wir uns mal an. Jetzt benutze ich deinen Content. Bei dieser Sache gibt es keine Energies. Ich bin sau enttäuscht. Ich guck nach Deutschland. Aber es gibt wieder voll chorales Bier. Du hast den coolsten Hund, den man sich vorstellen kann. Knubbel. Hä? Knubs. Guck mal, das ist wirklich genau der gleiche Fahrspiel über mir. Spaß, Leute. Ich wohne hier. Hier sind jetzt inzwischen 300 Milliarden Leute. Wunsch als 300 Milliarden. Was geht ab, Moritz? Alles gut bei dir? Ja, natürlich. Ich finde es übertrieben weird, hier generell einfach normale Wege zu gehen. Keine Ahnung, wir kommen von Flachland. Das ist eigentlich schon so. Das ist eigentlich schon so. Ja. Seid mal vor, man hätte so ein Longboard dabei. Dann setzt man sich so rauf. Grettert einfach hier runter. Das ist doch das Geilste überhaupt. Du kennst ja mit den Schuhen, ne? Die gehen wir dann in sich. Ja, das stimmt. Also brauchst du extra Schuhe dafür einfach. Wir gehen jetzt erstmal was Feines essen. Und Cengiz stirbt gerade ein bisschen, weil es ein bisschen warm ist. Was soll mir dieses Gesicht sagen? Es gibt ja sau viele Snacks. Aber ich brauche nur einen Snack. Und das ist Hakan. Ist hier warm, Cengiz? Wieso? Von 1 bis 10? 1? Also schneit es quasi. Seht ihr, Leute? Es schneit. Diese Sonne geht halt immer weiter runter. Reiß mal so richtig weit auf. Einmal. Das sieht saulecker. Aber ich dachte, das wären wirklich Fries. Guten, 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 guten. Und weg ist er. Was hast du gesagt? Man hört dich gar nicht. Ich liebe Miguel Pablo. Das sieht richtig nice aus. Vor allen Dingen diese Straße hier erinnert mich mega so ein bisschen an L.A. Hier gibt es Eis, wenn jemand Eis möchte. Eine sehr gute Eisrisse. Wirklich? Beste Eislipfung. Du machst mich schon heiß auf dieses Eis. Das ist, glaube ich, das letzte Eis, was ich hier in meinem Leben gegessen habe. Wie ist es eins? 5. Sag einmal Scheiße. Ja? Kann mir das Wort Scheiße aussprechen. Das wird so zuerst sein? Geil. Nein, Cengiz macht mal Scheiße. Cengiz macht mal Scheiße. Das sieht einfach aus wie im Phantasialand. Ja, stimmt. Das hat so ein bisschen Phantasialand-Vipes. Nice hier in Wuppertal. In Duisburg. Ach, wie findest du es hier in Uetersen? Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch ein Party-Vlog kommen. Boah, bitte. Jona hat mich so ein bisschen informiert darüber, dass es hier Clubs gibt. Und keine Ahnung, es gibt anscheinend auch Kassinen, wo auch noch mal Floss sind. Wir werden das durchziehen. Eins im Chat. Plus Leidlein. Ich wusste nicht mal, dass man auf Madeira feiern gehen kann. Aber macht ja Sinn. Sonst wäre ich hier nicht hergezogen. Das ist das zweitgrößte Schiff der Welt, ne? Die Idanova. Zweitgrößte Kreuzer Schiff der Welt. Ich finde es schade, dass es in der Kamera immer so winzig aussieht. Wenn du richtig nachforschst, denkst du Alter. Ja, ich zoome einfach zehnmal ran. Aber ist schön der Kieler Hafen. Das sieht wirklich aus zu werden, das alte Waschmaschinen. Das alte Waschmaschinen. Hast du Sabine gerade angeleint? Aber ich habe das Gefühl, dass es so plötzlich kühler geworden ist irgendwie. Das Wetter, das Wetter macht was es will. Ja, das Wetter. Ja, das Wetter. Hast du jetzt Nick angeleint? Ist das so dein Kink? Bruder, was tust du? Er springt jetzt mit Anlauf. Gehst du das auf? Vertraue ihm einfach. Warte. Warte. Drei, zwei, eins. Bruder, was machst du? Boah. Die Dämonen werden ausgetrieben, Bruder. Die andere Leute denkt sich auch mal, was für eine Vergewaltigung für eine Verstattung. Was passiert hier gerade, Alter? Huch. Okay, also uns wurde versprochen, dass dieser Pool warm ist, wenn wir wiederkommen. Ist er nicht. Dieser Hund ist zurück. Dieser. Ja, dieser Hund ist zurück, sag ich doch. Was hast du dir gegönnt? Willst du nicht filmen? Schweinefleisch? Ja, ohne ist Schweinefleisch. Oh, das wollte ich nicht. Das Ende dieses Vlogs von heute ist einfach, wie ich das hier filme, aber ungeschnitten, um auf diese 10 Minuten zu kommen. Ich konnte. Wir spielen jetzt Mario Kart und der Verlierer muss in den Pool springen. Moritz muss in den Pool springen dann. Ja! Moritz! 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 Ich habe das Mario Kart Turnier gewonnen. Ich darf den Verlierer in den Pool schmeißen. Es sah erst so gut aus. Dieser Hund wird es tun. Aber kick ihn bitte. Nicht schubsen und kicken. Soll ich? Mit der Hand, okay? Ich passe auf deine Gesundheit auf. Bist du ready? Let's go. Okay. Holy shit! Holy shit! Mach nochmal! Er fühlt! Er fühlt! Oh mein Gott, was ist das? Ja, der Tag ist vorbei. Ich bin übertrieben müde. Ich glaube, inzwischen haben wir drei Uhr morgens. Und wir haben super viel geschafft. Wir waren unter anderem am Hafen, waren essen. Wir haben Moritz ins Wasser geschmissen. Bzw. ich habe Moritz ins Wasser gekickt. Ja, am Ende habe ich noch gegen Simon 100 Runden mindestens gespielt. Aber nice. Ich bin gespannt, was morgen passiert. Und ich würde sagen, bis morgen. Ciao! Und dann mal schön auf die Glocke drücken, Leute!